Hallo, wir sind die Firma EMS. Wir sind beheimatet in der Südwestfals zwischen Pirmasens und Kaiserslautern. Darüber hinaus haben wir einen weiteren Standort bei Lodz in Polen. Insgesamt beschäftigen wir an unseren Standorten rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere Kernkompetenz ist die Fertigung und Entwicklung von ganzheitlichen Systemlösungen für die elektrische Verbindungstechnik. Unter anderem sind wir tätig in der Elektro- und Grundstoffindustrie, im Bereich der Bahntechnik und allem voran in den Zukunftsmärkten der erneuerbaren Energien und dem Bereich E-Mobility. Wir, die EMS, stehen für Verbindungstechnik nach Maß und sind als strategischer Partner für Sie die erste Wahl.